Richtig schön war das sonnig-warme Wetter in den vergangenen Tagen. Was für den Menschen Anlass zum Grillen, Baden oder Eis essen ist, bedeutet für viele Pflanzen Stress. Deshalb muss den Blumen, Bäumen und Sträuchern vielerorts geholfen werden, so wie hier im Botanischen Garten in Oldenburg. Gärtnerin Gertrud Gens sorgt hier dafür, dass jede Pflanze gut versorgt ist, so wie viele andere Menschen es in ihrem eigenen Garten oder auf ihrem Balkon tun. Der OOWV jedenfalls hat den erhöhten Verbrauch bereits registriert.